Erdi Cochrane Erdi Cochrane Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch auch mit dabei sind Wir werden diese Show nur zum Jubiläum spielen Wenn ihr am 1. nicht könnt, könnt ihr auch in unsere Heimatstadt kommen Am 2. November in die Arena Leipzig Oder am 3. November in die Ballsport-Arena nach Dresden Am 4. November in den Admiralspalast nach Berlin Oder am 5. November in Steintor-Varieté in Halle Allerdings die kurzen Wege wisst ihr ja, das sind die besten Also ihr seid eingeladen Stadthalle Chemnitz, 1. November, 25 Jahre Feierplatz Wer ist dabei? Also wir alle, wir sind alle dabei Wenn ihr uns suchen solltet an dem Abend Wir sitzen ganz vorn